Hibiskus in vielen Gärtern leuchten im SB-Zommer die großen Blutten des Hibiskus. Die meisten kennen ihn hauptsächlich als Zierpflanze oder vielleicht noch als Farbgeber in Wichtetees, denn die Hibiskusbluteneventees leuchtend rot ein. Die Volksheilkunde, vor allem in Afrika, verwendet Hibiskus jedoch auch gegen allerlei Beschwerden unter anderem gegen Entzendeekzeme. Heilwirkung Durstl-Absatzzeichen sind, abfremd, antibakteriell, krampfl-Absatzzeichen sind, harntreibend, galletreibend, Eczeme. Wissenschaftlicher Name Hibiskus-Saptarifa Pflanzenfamilie Malbenyxe, Malvasse Englischer Name Rezorl Verwendete Pflanzenteile Bluten Inhaltsstoffe Fruchtsuhren Apfelsuhre Weinsuhre Zitronensuhre Antarküne Flavonoide Fütztole Schleim Bekten Sammelzeit Juli bis September Hibiskus 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 Hibiskusbluten kann man als Tee trinken, um den Dres zu L-Absatzzeichen-Schen, K-Ampfe zu L-Absatzzeichen-Senn oder Harn und Gallet zu treiben. Urzellig kann man den Tee gegen Eczeme anwenden. Pflanzenbeschreibung Hibiskus Der Hibiskus ist eigentlich in den Tropen heimisch und dort wird er auch angebaut, F.R. all die Fichte-Tees, denen er die rote Farbe gibt. Es gibt B. 150 verschiedene Hibiskus-Arten. In europäischen Gärten W. C. H. S. D. R. in Strauchform und D. R. G. T. Bilden in unterschiedlichen Farben zwischen Weiß und Rot. Mit seinen großen Bilden ist er eine Zierde jedes Gartens.